Oh nein, ich habe außerdem mit meinem Stuhl eine Blaubeere zertreten. Moin Freunde zu einer weiteren Folge. Wir spielen Crazy Game. Heute ist das Spiel einfach mal dran. The World's Hardest Game. Das schwerste Spiel, was es auf der World geben soll. Und ich würde sagen, let's go. Okay, so, wie funktioniert das? Kann ich einfach WASD machen, oder? Ja, ihr seht schon, das erste Level, es ist krank. Es ist... Reden wir nicht drüber, es ist einfach ein schweres Spiel, okay? Es ist einfach nur ein schweres Spiel. Ich habe das erste Level nicht mal geschafft. Ich hoffe, dass wir das jetzt relativ schnell hinkriegen. No! Oh mein Gott, übrigens, es ist schon ein relativ altes Spiel. Ich glaube, es ist so 10, 11 Jahre alt, das Spiel. Und ich habe es bisher noch nie geschafft, es durchzuspielen, man. Das erste Level ist alleine schon schwer. Oh, wild. Eigentlich wollte ich das, wenn ich 1000 Abonnenten habe. Spielen. Oh! Nein! Oh mein Gott. Oh Gott, das sieht jetzt aber brutal aus. Äh, The World Tardest Game wollte ich eigentlich spiel... Wie soll ich das machen? The World Tardest Game war halt, wie gesagt, ein Game, das wollte ich zu meinen 1000 Abonnenten spielen. Aber weil das halt noch sehr, sehr lange dauert, müssen wir uns erstmal damit beschäftigen. Vielleicht werde ich ja da... Ich muss jetzt hier irgendwie runter. Okay, ich weiß aber, wie ich es mache... Nein! Ja! Oh Gott! Obwohl, bin ich... Leute, ich glaube, ich bin gar nicht so schlecht in diesem Game. Okay, ich bin, glaube ich, nicht mal so schlecht in diesem... Oh nein. Ich dachte gerade, ich bin diese gelbe Kugel. Keine Ahnung, warum. Aber für so einen Anfänger, der es noch nie geschafft hat, ist das doch ultra stark, oder? Warte, ich habe eine Idee, wie ich es mache. Geht es hier rein? Ja, ich glaube, ich gehe hier jetzt gleich irgendwo rein. Und dann gehe ich mal gucken. Mann! So, rein. Ja! Nein! Warte. Jetzt! Oh! 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 Let's go! Ja! Nein! Oh! Hoch! Mann! Es geht los, Freunde. Let's go! Ja! Oh mein Gott, Leute. Wird dieses Level ein Kryptonit sein? Das sehen wir erst nach der Werbepause. Nein, wir machen jetzt noch weiter. Oh! Oh, was? Aber ich glaube, das Level ist gar nicht so schwer. Jawohl! Wo ist das mit der anderen Hand? Mal gucken, wenn wir hinkriegen. Kann es sein, dass du dumm bist? Es kann nicht sein. Es kann nicht sein. Aber eigentlich, das Level sieht nicht mal schwer aus. Kann ich bitte auch mit Maus steuern? Wir müssen einfach logisch denken. Wenn das Ding sich so hier dreht... Oh, sorry für den Lack. Wenn das Ding sich so hier dreht, müssen wir ganz... Ähm... Drinnen. Ja! Okay. 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 Mann! Ganz ruhig bleiben. Ey! Finde ich witzig. Ich gebe nicht auf. Nein. Ich gebe nicht auf. Nein. Es akzeptiert nicht. Es ist doch einfach nur Glück. Simon, sag mal. Ja? Warum rastest du denn eigentlich immer so aus? Weil ich immer so... Ey, der Piss ich spiele hier. Sowas spiele ich hier. Sowas hier! Mit mir ist immer belichtet. Aber das ist normal bei... Wie ich spiele in The World's Hardest Game. Leute, falls ihr das Spiel auch mal spielen wollt. Ihr könnt das bei jedem PC spielen. Nämlich einfach auf crazygames.net. Ja! Ja! Let's go! Warte jetzt. Ja, go! Ähm, ich muss mit der Maus hingehen. Ehre. Jo, wahrscheinlich, wa! Genau. Checkpoint! Checkpoint! Nein! So, warte es. Nein, Evie! Ja! Los! Nein! Nein! Ich bin un... Ja! Ja! Au, au! Oh, ja! Oh, ja! Geil! Spielkoschge... Nörsen! Vor allen Dingen, die Kugel haben anscheinend ihre Kackreinteuge verändert. Woher soll ich das dann wissen? Ich hab nur versucht, die Lehne wieder reinzupressen. Kein Rage. Feine Unterhaltung, die hat auf eure Netzhaut gebombst. Und weh! Ich hab die Musik, du, nicht die fünf Aufrufe, Alter! Dein Kotz, ich hab' am Strahl! Ich musste mittlerweile schon ein bisschen die Kopfnacher absetzen. Die träumt mir irgendwann das ganze Ding voll. Diese Musik ist nämlich so laut, dass du einfach nur denkst, ja? Oh, cool, ich mach's mal für euch an kurz, warte mal kurz. Kurz gesagt, ich glaub, ich werd' aufgeben. Ich werd' das jetzt noch einmal probieren. Und dann... Ja, wenn ihr den zweiten Part haben wollt, dann schreibt mir das einfach in die Kommentare. Oder gebt dem Video einfach ein Like. Aber es macht eh keinen Unterschied, ob ich das jetzt hier noch länger mache oder nicht. Ich hab' mich schon ausgerastet. Und ich sag's mal so. Der Tisch hält nicht mehr so viel aus. Oh, Mann. Ja, ich geb' auf, Leute. Es ist zu schwer. Wir sind bis Level 5 gekommen. Oh. Nee, nee. Tut mir leid. Ich mach' heute nicht mal weiter. Ciao. Ich mach' heute nicht mal weiter.